Naja, hallo Leute, hier ist euer Mufo-LP, willkommen zu einem, ich jetzt einfach mal, Update-Video, ähm, ja, in letzter Zeit kamen mal wieder nicht so viele Videos, es liegt einfach da an, dass sich einige Items überhäufen, da wären zum Beispiel ganz viele Tests in der Schule und Arbeiten und und und, ähm, dann war auch noch Far Cry 3, was ziemlich viel Zeit, äh, ja, ich liebe dieses Spiel, ähm, aber ich hab's jetzt durch, ja, ähm, und dann hatte ich auch irgendwie keine Lust auf Fallout, aber irgendwie muss jetzt ja weitergehen, ne, und dann war ich auch vier Tage in Berlin, ähm, wegen einem Bullet Format Valentine Konzert und dann sind wir dann noch drei Tage halt in Berlin da umgegangen, und dann haben Sachen angeguckt, oder so, bei dem Hard Rock Café und, ja, aber, jetzt ist Ferien, da habe ich vier Tage, wo ich fliege mal auf, aber also, jetzt ist Ferien und, ich sollte ja eigentlich mal mehr Zeit haben, auch wenn bald Abschiedsprüfungen sind und ich das auch noch lernen muss, aber das mache ich, glaube ich, in der letzten Woche der Ferien und da mache ich dann auch nicht den ganzen Tag, weil den ganzen Tag lernen kann, das sagt keiner, so, zwei Stunden am Tag oder sowas, und jetzt kriege ich ja Kopfschmerz, äh, und da werde ich mir Zeit haben, und, ja, das Problem bei mir ist auch nicht das Produzieren an sich, das bringt der Spaß mit alles, sondern dieses ewige Bearbeiten und Uploaden, ähm, was auf meinem schlechten PC und, äh, äh, schlechten PC, schlechten Core und schlechten Internet liegt. Ähm, da wird es ja wirklich drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden, an einem Video nur wegen der Bearbeitung, das ist einfach sowas von nervig, und jetzt sagt man auch Leute, das ganze Bearbeiten mit Name und Beschreibung und das Bild tut so umständlich gemacht, das ist einfach nur richtig nervig, und, da hat man einfach keinen Bock drauf. Ähm, ja, Ich hab noch ein paar Zivilisation-Parts hier rumliegen, die kann ich ja alle mal, natürlich bearbeiten, und, ich muss mich aber echt mal dran machen, Fallout weiter, um aufzunehmen, und, ja, zu meinem neuen Format, was ich schon immer wieder angesprochen habe, das bewegt sich schon ein bisschen vorwärts, aber es dauert noch, es dauert noch, es dauert noch. Vielleicht abgesehen davon, dass ich das eh erst nach dem Umzug machen kann, äh, brauche ich auch noch eine Kamera und ein richtiges Konzept, Ich hab nur eine ungefähre Idee, aber es ist schon ein bisschen weiter vorangekommen. Ähm, Ähm, Ja, Ich glaub, es kommt, na, es kommt nicht bald, aber ich fang irgendwann mal an, in den Ferien, mit nem Special-Video, Ähm, Das so aussehen wird, Killcams, äh, von Sniper-Liter, die schon uralt sind, die sind, ein paar Monate schon alt, alle, da, wo ich jetzt am Liter gespielt habe, und, ja, da werde ich halt, gute raussuchen, das sind ein bisschen über 100, also werde ich die guten raussuchen, und, dann schön viele zusammenschneiden, aber ich hatte auch schon eine Idee, von wegen bearbeiten, Musik und alles, weil da wieder Copyright, äh, von wegen ist, Ehm, es hier nochmal erwähnen, auch wenn ich hier die Charmung schreibe, ähm, die Musik, die hier im Hintergrund kommt, auch bei den letzten Videos, dieser Art, ähm, sind, von, Ewok 3, 3, 1, oder war es 3, 3, 1? Ewok, ich verwechsel das immer, dass, irgendwie auch die 3, 3, 1 vorne oder hinten ist, er macht auf jeden Fall super, ähm, Videos, und, ja, ich sehe auch gerade, dass es ziemlicher Fail ist, dass man sieht, dass das ein Black Screen Video ist, weil ich zum Bild bin, ein Black Screen einzusetzen, ne, mit VirtualDub, was ich benutze, zum Rendern, geht das einfach nicht, dass man ein Bild hinzufügt, man muss ein Video hinzufügen, das heißt, ich kann keinen Ton aufnehmen und dann ein Black Screen hinzufügen, das geht einfach nicht, das mache ich einfach ein Video von einem Black Screen, und, ja, ähm, ich würde sagen, ich mache mich gleich mal darauf, ähm, Civilization abzuloten, ich habe sogar noch ein bearbeitetes hier rumliegen, wo ich den Upload und dann die ganze Beschreibung darin zum Kram machen, und, vielleicht nehme ich heute noch das Fallout auf, wer weiß, wer weiß, also, ich würde sagen, bis zum